Oh, meine Güte! Also Leute, bei den nächsten Aufnahmen lasse ich mir irgendwas einfallen. So, ähm... Jetzt muss ich aber mal gerade einen Happen essen. Ah! Das ist ja mein Borat-Skin! Warum war denn der bei der letzten Aufnahme nicht dabei? Ja, schick, oder? Passt mal auf. Die gucken wir uns doch direkt mal an. Hallo! So, oh Mist. Jetzt kommen da gerade die Leute. Aber ich möchte jetzt hier trotzdem noch ein bisschen was abhacken. Ist mir egal, dass jetzt Nacht wird schon wieder. Ui jo. Ja, das sieht ja alles hier wieder sehr erfolgreich aus, was ich mache. Oh Leute, ich glaube heute habe ich keinen guten Lauf. Nee! Nö, habe ich wirklich nicht. Ich gehe nach Hause. Ich blase die ganze Sache ab und lege mich ins Bett. So ein Mist. Und ich habe schon wieder die Tür aufgelassen. Ich lerne es nie. Ab in die Haierkiste. Mann, ich möchte mir doch nur ein Dach bauen. Ne, es ist alles wieder mal nicht so leicht. Mam, 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 mam. Trotzdem bin ich noch hungrig. Sorry. Jetzt werden wir aber mal ruckzuck hier ein bisschen was Holz fällen. Welchen jener Bäume wollte ich erklimmen? War es jener dort? Ich glaube, ja. Es sieht beinahe so aus. Gehen wir nun einfach von dieser Seite rum. Boah! Ach, beim nächsten Absturz bin ich auch kaputt. Super. Hahaha. Au. Was für eine Kletterei hier. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, ein bisschen Holz zu kommen. So. Wow. Dies is a tree. Was macht der liebe Kaios da? Eigentlich möchte der Kaios sich hier nur irgendwas bauen. Ich kann ja jetzt hier nicht... Wenn ich jetzt hier einen Erdblock hinstelle... Boah, aber Atmos, du bist ein bisschen laut. So. So, wir werden nämlich den Baum schön von hier oben platt machen. Oh, nein! Ah, egal. Da komme ich ja jetzt noch dran. Da müsste ich erstmal genug Holz haben. Ich meine, das ist natürlich super. Praktischer als... ...im Wald spazieren zu gehen. Im regulären Wald. Das dauert ja ewig. Ich weiß gerade nicht, was das für eine Musik ist. Was ist das denn hier plötzlich? Ach, ich gehöre noch dazu. Heide neu. Und dann machen wir uns dann schön mal eben schnell ein Dach hin. Mal eben schnell. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Wie mal eben schnell aussehen wird. Naja. Lassen wir uns überraschen. Ich habe mir genau... Ich habe mir auch überlegt, ich mache gar keine zweite Etage da drauf. Weil... Keine Lust. Reicht auch einfach so ein Dachgeschoss. Da kann man ja auch was drin machen. Nicht wahr? Au! In der Hand zerschmettert. Zerborsten. Wir stecken die Eisenspäne zwischen den Fingernägeln. Und dann verwandle ich mich... ...in... ...den Typ... ...der... ...Waldforstet. Ach, wie viel hier rumliegt. Shane. Und hier, meine lieben Zuschauer, sehen Sie die professionelle Abholzung des Regenwaldes in Aktion. Wie Sie gesehen haben, bewegen Sie sich am besten direkt von oben auf den Baum zu und schlagen ihn von oben kurz und klein. Dafür haben wir im Angebot jedes besonders mächtige Werkzeug. Axt, Marke, Eigenbau, Aus, Holzstäben und ein bisschen Eisen zusammengezimmert. Dort sehen Sie Schweine, wie sie lustig umherirren im Urwald im Irrwald. Ich meine nur, es hatte sich gerade ein bisschen angehört, wie so diese Teleshopping-Musik. Die, 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 aber das ist Earthworm Jim. Kennt das überhaupt jemand noch von euch? Wer von euch noch Earthworm Jim kennt, der möge jetzt... Okay, der möge, möge, möge jetzt... Das Video liken. Machen wir es mal auf die ganz billige Tour. Hä? Ach, das war dieses seltsame Holz, was irgendwie nicht funktioniert. So, Delay. Jetzt legen wir los. Jetzt wird es ernst. Na, super. Wow. Jetzt haben wir erstmal genug Vorrat. Puh. Ich trau mich ja fast gar nicht, ne? Dü, 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 dü. Ich brauch eigentlich nur einen Anfang. Wie soll ich anfangen, Freunde? Ach, ich weiß es. Ich stelle mich aber auch wieder an. Oh, ne, ich pfeife besser nicht ins Mikro. Obwohl mir gerade der Drang nach Pfeifen ist. Ne, das mache ich nicht mehr lange mit, mit diesem Ruckeln. Das ist Lays. Ich weiß nicht, was es soll. Ich weiß, es ist wirklich beim besten willig. Und. Ja. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie das mit dem... Ach, egal. Ich habe eigentlich gar keine Lust, gerade zu reden. So. Machen wir es jetzt mal einfach so. Einfach mal ausprobieren. Das erste professionelle Drach. Äh, Drach. Wieso sagen? Wie komme ich denn auf Drach? Ich doofi. Dach, natürlich. Das erste professionelle Dach von Kajos in sein Let's Play. Nachdem ich mich beim ersten Mal ja so davor gedrückt hatte. Indem ich, äh... Ne, das war doof. Indem ich den, äh... Das Dach bewuchert habe, begrünt habe. So. Mensch. Na, das wird aber ein Dächelchen, oder? Das ist doch mal eine alternative Version, oder? Bueno, wir haben auch ein Mal geblieben. Oh, was das passiert? Ist schon mal eine Geschichte? Oh, was das passiert? Also das war ein Hitscherspiel. Ich habe ein Hitscherspiel. D opportun. Ich habe sie dazu wieder ein. Ich habe schnell, etwas Index. Ich habe jetzt wieder einen Hitschern. Vielen Dank.